Das Beste aus dem Schwarzwald mit 1,5 Liter Schlagrafen. Käsebrötchen? Wie immer? Das ist es. Für Eigäuer Kehrspatzen braucht man Gürtchen, Eigäuer Börgkäs und Weißnacken. Weil dann schmecken sie richtig gut. Hallo und Gude von Rheinland-Pfalz. Ein Spundekäs aus Frischkäse und Quark kann dir retten so manchen Tag. Mhh, Heidesand. Das geht wie Butter und der hat mich voll am Backen mit Oma. Unsere Spezialität Bratwurst mit Kartoffelprei aus guter Milch und Butter. Rote Grütze mit flüssiger Sahne. Ein Traum. Original Bauernhandkäs schnappuliere ich nur mit Musik.